Hallöchen Leute, willkommen zur 40. Episode mit dem ikonischen Batman und ich bin Davy und ich tue euch ganz herzlich zu meinem Let's Play Batman Arkham Knight zurück begrüßen. Wir sind hier immer noch hier am rumfliegen und das werden wir erstmal jetzt noch machen. Dann schauen wir mal, wir suchen immer noch einen kleinen Hinweis bezüglich dieses scheiß Man-Bads, aber mal schauen ob wir es überhaupt finden werden. Ne, will ich auch nicht, ganz ehrlich. Da vorne ist noch so ein Teil, wo ich ergattern kann und das werde ich auch jetzt gleich machen. Komm, auf hoch. Ja, jetzt aber. Bruce, wahrscheinlich lächeln sie uns alle von oben zu. Mom, Dad, Jason, Babsy, Talia. Oh, Talia. Nicht mehr lange und der Rest der Familie ist auch dort oben. Aber keine Sorge, Bruce. Dein Gutsbruder wird nicht von dir weichen. So. Und let's go. Tun wir das nächste Gart dann. So, und. Bup. Sehr gut. Zack. Yes. Bam. Bada-bam, bada-bam, bababam. Ihr trefft mich nicht, verküsst es. Und weg, weg. Sehr gut. Sehr schön. Sehr gut, sehr gut, sehr gut. Das läuft wie geschmiert. Boom. Der erste Knockout. Ja, jetzt haben sie mich mal getroffen. Die Hainis. So. Oh, nein, nein, nein. Ich will weg, weg, weg. Oh, Gott sei Dank. Der nächste ist auch Knockout. Der ist auch Knockout. Und was ist mit dir? So, komm. Ah, verdammt. Ich hab gedacht, ich mach dich jetzt komplett Knockout. Auf, 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 auf. Faust in dir. Bam. Und zack. Sehr schön. Und jetzt zack. Hast du wohl gedacht, hä? Nur noch du. Und was ist mit dir? Du bist auch Knockout. Und der letzte steht auch wieder auf. Und krieg den schönen Thai-High-Kick. Gut, das ist auch gemeistert. Dann können wir das auch jetzt mal zum Explodieren bringen. Ähm, nein. Da wollte ich eigentlich nicht. Hier wollte ich hier hin. Komm. Ja, versprühen. Fein, fein, fein machst du das. So, der nächste Turm ist auch ergattert. Dann fliegen wir ein bisschen rum. Vielleicht finden wir ja hier noch ein paar einfache Türme. Doink. Sehr schön. Ja, ja, ja. Was nicht mehr geschehen wird. So, wo haben wir den nächsten Turm? Gehen wir vielleicht zum Wayne Tower. Eventuell. Komm. So, komm auf. Nein, 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 nein. So. Der Wayne Tower ist die ideale Fluggelegenheit. Dass wir hier ein bisschen rumfliegen können. Und ein bisschen mehr ergattern oder sehen. So. Ich werde langsamer. Ich werde langsamer. Das gefällt mir nicht. Der ist Ace Company. Nee. Und runter. Schöner Sturzflug. Und hoch. So. Haben wir mal ein bisschen besser hier die Insel im Überblick. Da ist noch ein Teil. Aber ich glaube, das muss das Hospital sein. Anscheinend. So. Und hoch. Da ist noch. Da ist es. Aber das muss das Hospital sein. Oder? So, komm. So. Und der nächste Turm. Ja, ausschalte. Natürlich. So. Gut. Das läuft jetzt. So. Zack. 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 Und jetzt kommt. Sehr gut. Sehr schön. Als ich dich hier kaputt mache. Weil du stört mich am meisten. Ja, ja, ja. Hast wieder gedacht, du nimmst mich mit dem Spear mit. Aber vergiss es. Knockout. So. Spezialkombo. Auf. Spezialkombo. Zack. Bam. Und jetzt Spezialkombo. Auf. Zack. Wunderbar. Wunderbar. Nicht mit mir, mein Freund. Nicht mit mir. Du bist auch Knockout. Gut. Sehr schön. Der nächste Turm wird auch jetzt ergattert. Und. blulululululup. Boing. Boing. Aber der ist noch nicht fertig. Doch, der ist fertig. Der ist fertig. Sehr gut. So, da drüben wäre das nächste Gebäude. Aber erstmal wieder hochgehen. Ein bisschen rumfliegen. Haben wir ein bisschen besser. Auch der Batwing fliegt ja auch seine Runde. Immer noch. So. Was geht ab? Da drüben sind auch noch ein paar Gebäude. So, einen kurzen Sturzflug. Und jetzt ziehen wir uns auch wieder hoch. Dass wir schön darüber fliegen. Weil ich will jetzt in diesem Gebäude da hinten. Ich denke mal, das muss sogar das Hospital sein. Oder? Ich bin mir gerade nicht sicher. Aber schauen wir uns das mal genauer an. Rup. So, wie viel sind unten drunter? Oh, okay. So, aber eine Option hätten wir hier mit dem Distanz-Hack-Gerät. Das werden wir auf jeden Fall auch machen. So, erstmal Distanz-Hack-Gerät raus. So, Interface außer Reichweite. Herunterladen. Jetzt. Und auszahlen. Sehr schön. Das haben wir doch ganz einfach uns jetzt gemeistert. Oh, gut. Einmal runter. Das Teil merkt mich eh nicht. So, komm. Ah, ne. Wir sind ja schon bei dem Teil. Ich habe gerade gedacht, das wäre hier das Teil, wo Geschosse macht. So sah es auch aus für mich kurzzeitig. Aber der Turm ist auch ergattert. Wunderbar. Boing. Genau. Sehr schön. Fahndungslisten-Fortschritt auf jeden Fall erfolgreich absolviert. So, da gehen wir mal da hoch. Das werden wir wieder einen besseren Überblick von der ganzen Geschichte hier haben. Habt ihr von diesem verrückten Prediger gehört? So, da gibt es hier nichts, 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 nichts. Das heißt, wir müssten eigentlich wieder rüber gehen dann. Aber, jetzt schaue ich mal, wie viele Punkte wir da ergattert haben. Wir haben erst drei, verdammt. Ich wollte eigentlich mal ein bisschen Waffentechnologie hier verbessern. Generell das hier, Turmschussschaden. Egal, da müssen wir noch einen Turmli ergattern. So, aber erstmal will ich auf jeden Fall Überblick der Missionen haben, was die Türme angelangt. So, wir haben acht von acht. Founders Island ist beendet. Alles klar, dann machen wir weiter mit Black Island, hätte ich gesagt. Gut, dann machen wir mit Black Island weiter. Ich sollte den Wachtturm auf dem Memorial Hospital ausschalten. Scheide, dass die Einrichtung nicht im Betrieb ist, würde Ihnen den Weg ersparen. So, du, 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 du. Das ist auch das Schwerste, wo ich bis jetzt eigentlich öfters down gegangen bin. Aber jetzt habe ich hier eigentlich, sag mal, die Steuerung, was Batman angelangt, schon besser raus. Also müsste es jetzt ohne Probleme funktionieren. So, da hoch. Weil das waren ja diese ganzen fiesen Ninjas noch dazu, glaube ich. Mit der ganzen Geschichte her. Wir haben ja das erste Teil hier schon am Arsch gemacht. Jetzt fehlt halt nur noch das hier. So, es wäre schön, wenn es so funktioniert, wie ich mir das vorstelle. So, und Knockout, dass du Knockout bist. So, ah, verdammt. Das war ja klar. So, komm. So. So, komm. Knockout. Weg, 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 weg. Weg, 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 weg. So, komm. Und gleich mit dem nächsten leichten Macher. So, schön. Sehr schön. So, sehr gut. Und hoch, hoch, hoch. Hoch. Wunderbar. So. Gut. Wen werden wir... Ach, warum bebt es jetzt hier? Wieso? So. So, das will ich. So, und... Ah, verdammt. Ah, boh, 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 boh. So, und weg. So, sehr schön. Zack, zack. Ah, verdammt. Ich hasse euch. Ich hasse euch. So, komm. So, sehr gut. Der erste Ninja-Mann ist auch am Arsch. Sehr schön. Das läuft doch wie geschmiert gerade. So, gut. Dann hätte ich noch eine Möglichkeit. Was machen wir? Dich. Gut. So, komm. Ah, verdammt. So, und... Und jetzt mal... Einen von denen kaputt machen. Die, die mir wirklich das Leben schwer machen. Sehr gut. Und hoch, 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 hoch mit dir. Ei, 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 ei. Meine Energie ist wieder fast am Flöten, ey. Aber das ist doch echt langsam machbar. Das müsste echt langsam machbar sein, die ganze Geschichte hier. So, es sind nur noch fünf. Ah, Dich machen wir jetzt. Sehr schön. Und gleich Knockout. Und weg, weg, weg. Ah, verdammt. Warum hat er mich getroffen? Der Babsack. Ja, das sind jetzt noch ein Haufen Zeugs, ey. Ich hasse diese Mission hier. Mit diesem Memorial Hospital. Es ist halt auch ätzend, dass das nicht so funktioniert, wie ich mir es immer vorstellen tun. So, sehr schön. Hallo? So, jetzt. Alter! Vergiss es. So, ich habe mir jetzt was überlegt. Ich werde versuchen, ich werde versuchen, auf jeden Fall ein bisschen, aber nur ein bisschen. Mit dem guten... Boah, das sind halt schon ein Haufen, wenn man sich das überlegt. Das sind schon ein Haufen, Leute. Ich werde es auf jeden Fall versuchen, in kurz Marsch zu machen. Das heißt, ich werde mein Bestes versuchen und jetzt auf jeden Fall mal mit der Rauchbombe arbeiten. Und los! So, und Knockout. Verdammt! Komm, auf! Warum... Warum machst du es nicht? Warum machst du es nicht? Warum machst du nicht das, was ich will? Bam! Sehr schön. Und weg. So, komm. Weg. Wieder weg. So, und. Schön, schön. Weg, 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 weg. Weg, weg, weg. Sehr gut, sehr gut. Sehr gut, sehr gut. Oh, je, je, je. Das ist gerade Daumen smashen bis zum geht nicht mehr. So, so. Sehr schön. Sehr schön. Sehr schön. Sehr schön. Und komm. Sehr schön. Das läuft gerade wie geschmiert. Und komm. Weg, weg, weg. Alter. Die ziehen mir so viel ab, die Drecksäcke. Das ist unfassbar. So. Komm. Sehr gut. Der nächste Ninja ist auch am Arsch. So, weg, 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 weg. Weg, 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 weg. Sehr gut. Weg, weg. Sehr gut. Sehr gut. Ninjas sind fast am Arsch, alle. So, jetzt nur noch die Elektro-Viecher mal kaputt machen. So, komm. Auf. Sehr gut. Und der nächste. Sehr gut. Sehr gut. Love, wie geschmiert gerade. Komm. Auf. 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 Sehr gut. Yes. Nur noch drei. Ich feier's ab. So. Und. Komm. Zack. Und. Los. Nein, 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 nein. Sehr gut. Yes. Mit euch zwei werde ich fertig. Oh, verdammt. Weg, 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 weg. Komm. Weg. Weg. So, immer, immer. Konstant Arbeit mit denen. Nein. Oh, Glück. So, weg, 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 weg. Ei, 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 ei. Das ist unfassbar. Das ist unfassbar. Ich muss mal hoch. Ich muss hoch. Ich muss hoch. So. Nein, nein, nein. Das wollte ich nicht. Das wollte ich nicht. Das wollte ich nicht. Das ist echt gerade eine heikle Situation. Ich muss mal mit Bettelring sein. So. So. Und los. So, komm. Sehr gut. Nur noch einer. Und weg. Boah. Einer. Gott verdammt. Nur noch einer. So. Und jetzt. Komm. Ja, 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 ja. Komm, 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 komm. Yes. Boah. Boah. Endlich. Gott verdammt noch mal. Endlich. Ist das Drecksding gemeistert. Das müsste normalerweise zwei Punkte geben dafür. Ich dachte, dass ich das mal sagen würde, aber irgendwie habe ich dich noch... Zack. Ja, viel bleiben nicht mehr übrig. Viel bleiben Gott sei Dank nicht mehr übrig. Oh, meine Güte. Ich hasse es. Ich hasse es. Ich habe diesen Turm so gehasst. So, der nächste Turm ist da vorne. Alles klar. Dann wird der nächste Turm in Aufsicht genommen. Sie haben einen Posten auf einem Dach in Kingston. Sie sind bewaffnet. Aber sie werden mich nicht kommen sehen. Ein Angriff aus dem Schatten heraus. Eine gute Strategie. Was ich so höre, war Batman immer schlimmer. Er schlägt fest dazu. So, und da drüben muss man jetzt hin erstmal. Weil da ist der nächste Turm. So wie es aussieht, wenn ich da die Lichter sehe. Oh, nee. Oh. Die nächste. Oscar. Wo? Ja, das werden wir dann sehen. Let's go. Ah, verdammt. Jetzt habe ich es ein bisschen verkackt. Gut. Hände mal gucken. Da machen wir zuerst Knochen. Okay. Dann haben wir gleich das nächste Opfer gefunden. Aha. Der große Zeh. Oh. Okay. Alles klar. Ja. So, wo ist das nächste? Beine sind schon mal nett. Die Arme vielleicht. Kopf auch nicht. So, mal langsam machen. Beine rüber. Hä? Wo ist das mit dem Muskel? Da war was am Hals, oder? Nein. Hä? Verstehe ich jetzt nicht. Da ist nichts. Das ist komisch gerade. Da. Die Kugel steckt tief im Oberarm fest. Diese Art von Munition wird vorwiegend aus Jagdgewehren abgefeuert, die seit Jahrzehnten nicht mehr hergestellt werden. Und die Haut? Eine Besonderheit auf der Brust des Opfers. Sieht nach einem markanten Muttermal aus. Alfred. Das Opfer heißt Robert Kinkade. Er war ein Mikrobiologe von Stagg Enterprises. Viele dachten, die Schießerei stünden in Verbindung mit Kinkids Wissen über kontroverse Forschungen, aber das stimmte nicht. Er nahm einen Lehrauftrag in Atlanta an und dort wurde er als vermisst gemeldet. Hast du irgendwas entdeckt, was die Opfer verbindet? Ich kann keine persönliche oder berufliche Verbindung zwischen den Opfern ausmachen, aber jedes verschwand in der Nähe eines Parks oder Sportplatzes. Finde heraus, ob irgendetwas diese Orte verbindet. Sehr wohl. Ich kümmere mich drum. So, das nächste Verbrechen haben wir auch gemeistert. Das perfekte Verbrechen. Zwei bleiben uns noch oder drei? So, was gibt es hier? Okay, das sind Bomben und Minen. Okay. Das wird echt eine heikle Situation hier. Wenn dann. Wie machen wir das am besten? So, einmal tun wir Unterbrecher für die Waffen auf jeden Fall mal. Oh, verdammt. Ja, ich bin schon richtig. Da wollte ich jetzt nicht. Ich will einmal den Unterbrecher haben. So. Gut. Und eine Waffe tun wir noch da deaktivieren. Ich weiß jetzt nicht, wie wir das mit der Bombe machen. So, gut. Ah, jetzt drücke ich schon wieder den falschen nach unten. So, können wir mit Distanz-Hackgericht... Das dachte, der Royal Flush Gang in Kingston wurde von der Miliz übernommen. Ich erobere es zurück. So. Da haben wir eine Option. Und jetzt aber. Und los. So, weg. Wir sind da drüben. Wir sind da drüben. Wir sind da drüben. Komm schon. So, komm. Yes. So. Knockout. So, und hoch. So, komm. Komm, auf, 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 auf. So, wie viel seid ihr noch? Zwei. Okay. Wie mache ich das am besten? So. Sehr schön. Ihr seid beide... Verdammt. Was war das? So, und jetzt, komm. So, und verstecken, verstecken. So, komm. Ja, ja, ich muss hoch. Ich muss hoch. Ich muss hoch. Ich muss hoch. Das Missfee trefft mich. Ich muss keine kleinen Ansprachen. Ich wusste ja gar nicht, wie komplex das Thema Angst doch ist. So. Nein, wieder falscher Knopf. Zack. So, dann gleich Detonation hier. Das haben wir schon sogar. Mein Bub. Sogar sehr erfolgreich. Boing. Ja, das denkst aber nur du. So, dann haben wir ein paar schon auch wieder gemeistert. Dann gehen wir erstmal hier gleich, bevor ich es vergesse, den nächsten Punkt hier ergattern. In die Batmobil-Waffen. Gleich das hier. Kobra-Köder-Schuss. Was heißt das? Schüsse mit den 60mm-Geschüssen lockern. Kobra-Drohnen mit der Miliz an die Stelle des Aufschlags. Eine sehr effektive Taktik. Okay. Das ist ja jetzt erstmal unwichtig. Nachladerade. Das werden wir auf jeden Fall als nächstes machen, bevor wir das hier machen. Wo Gehäuseschaden wäre auch erhöht. Denn durch einen direkten Treff auf das Gehäuse, einen Drohnen verursachten Schaden. Gut, dann machen wir das und dann das. Deswegen, aber wir haben hier eigentlich genug Punkte, wo wir noch vermasseln können oder verbraten können. Gut, machen wir noch einen Miliz-Turm auf jeden Fall jetzt. Bevor wir dann mit der Hauptmission bei der nächsten Episode weitermachen. So, haben wir den nächsten. So, gucken wir mal. Wie sieht es jetzt hier aus? So, fünf Imagani Islands sind bewältigt. Das heißt, noch zwei hier und Blake Island hat auch noch zwei. Sie haben einen Posten auf einem Dach in Kingston. Sie sind bewaffnet, aber sie werden mich nicht kommen sehen. Ein Angriff aus dem Schatten heraus. Eine gute Strategie. Aber ich will erstmal da hinten hin. Bevor wir den in Kingston dann machen. Also machen wir doch noch zwei Stück hier. Oh, auf. Genau dahin. So, wo ist das Teil? So, das ist da in der Mitte bestimmt. Habe ich mir fast gedacht da. Okay, die haben alle keine Waffen. Optimal. Das ist wirklich optimal. So, was haben die hier noch drin? Gut, dann hätte ich gesagt, gehen wir mal da rüber. So, komm. Flieg da rüber. Warum schleppen wir die ganzen Zivilisten mit? Der Rätseltyp. Der Britte. Was wollen die hier? Gut, haben wir hier irgendwo. Das sind die Waffen. Die tun wir gleich sabotieren. Ah, wieder. Schon wieder den falschen Knopf gedrückt. So, Sabotage bitte. Ich habe die Einheiten auf dem Dach der Bank in Kingston stationiert. Ich werde sie ausschalten. Ähm, yo. So. Einmal. So, gut. Alles klar. Dann. Let's go. Auch wenn ich keine volle Energie habe. Wow. So. So. Und weiter. Oh, das sind doch ein paar mehr, wie ich erwartet habe. Wow. So, komm. Ah, verdammt. So, komm. Sehr schön. Der ist Knockout. So, komm, komm her. Komm, komm. Sehr gut. Bam. So, komm. Sehr schön. Weg, 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 weg. Sehr gut. Sehr gut. Weg, weg, weg. Oh, oh. Der hat mir gesessen. So, weg, 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 weg. Weg, weg, weg. Danke, 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 danke fürs Gehen. Sehr schön. Sehr schön. Sehr gut. Sehr schön. Sehr gut. Komm. Sehr gut. Oh, oh. So, komm. So, und jetzt. Zack. Oh. Ja, ja. Was du nicht willst. Sehr gut. So. Hopp. Und jetzt. Sehr. Ah, verdammt. Okay, den müssen wir so machen. So, gut. Und los geht's. Auf, 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 auf. Mach ihn fettisch. Sehr gut. Bau. Bam. Knockout. 2000 explosive EP-Punkte ergattert. So, dann haben wir hier den nächsten Milizpunkt. So, Stufenanstieg schon so. Sehr schön. Das heißt, wir haben gleich vier Punkte ergattert. Was will man mehr? Und nochmal. So, nur noch einer bleibt übrig. Dann machen wir den jetzt ganz schnell noch. Dann wird halt die Episode etwas länger. Aber dann haben wir wenigstens das hier noch gemeistert. So, gut. Es bleiben hier auch nicht mehr viele. Wir haben jetzt nur noch drei Türme insgesamt. Aber irgendwie sieht es aus, dass es mehr sein sollte, ne? Laut Erfahrungspunkte. Vielleicht habe ich ein paar wieder nicht entdeckt. Genauso wie hier diese Bomben, wo ich noch ein paar entdecken muss. Weil hier fehlt uns auch nur noch eine Bombe. Das ist ja das Merkwürdige dran. Irgendwann muss man auch mal mit dem Riddlers Rätsel da weitermachen. Herrscher der Straßen. Das muss man halt auch irgendwann bei Magani Island auch weiterführen. Und das werden wir auf jeden Fall auch Ekepa mal weiterführen. So, da haben wir ja noch drei zu machen. Und dann machen wir jetzt den letzten Turm, was hier angelangt. So, warum ballern die da unten eigentlich rum? Oh, da sind wir gleich. So. Dann schauen wir mal. Oh, super. Dekte Tiefmodus geht schon mal für den Arsch. Oh Gott, das sind schon ein paar, glaube ich. Keine Sorge, wir haben Zeit vor der Detonation in Deckung zu gehen. Alles unter Kontrolle. So, ich will eigentlich dichter. Wie kriege ich dich jetzt da? So, kommen wir mal. Durchs Fenster zu gehen. Nein! Oh. Die haben mich noch nicht bemerkt. Oh. Sehr gut. Wenn die alle da hochkommen, ist es für mich optimal. Komm. Sehr gut. So. Warte. Auf, auf. Sehr gut. Und hoch, 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 hoch mit dir. Sehr gut. Da sind wir jetzt mal um. So, wie viel seid ihr noch? Es sind noch ein paar. Du, du, du. Was könnt ihr schon Schlimmes machen? Wie wär's mit? Ich brech dir jeden einzelnen Knochen. Wird er es schaffen. Wir sollten schnell machen. Ui, 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 ui. Ui, 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 ui. Das wird jetzt heikel. Morgen um diese Zeit verschwinde ich. Hab mein Geld und ein Neu. Wie viele waren es hier? Das war fatal gewesen. So, da ist... Das sind halt noch drei Stück. Da. Also, der ist unten. Wow, wow, wow. Kann man sich geräuschlos ausschalten? So, gut. Zwei haben wir noch ergattert. Da ist noch einer. Der kommt auch runter, weil das zu blöd ist von der ganzen Geschichte her. Sehr schön. Ne, das sind zwei von den riesen Viechern. Oh. Wow. So, komm. Mach. Guter Plan. Hier ist meiner. Batman ist unter dem Boden. Zerstört die Gitter und schweucht ihn da raus. So. So, okay. Zack. Nochmal. Dreieck. Und nochmal. So, komm. Und. Sehr schön. Bam. Sehr gut. Gemeistert on muscle. Und das ohne Probleme. Sehr schön. Boing. Bum, bum. Gut. Das ist jetzt auch gemeistert. Echt wir. So. Dann bleiben nicht mehr mehr viel übrig. Magani Island ist auch bewältigt, Leute. Das ist abgeschlossen. Sehr schön. Dann haben wir nur noch zwei auf Blake Island. Ja, wir haben schon viele hundert Prozent erreicht. Aber nicht zu viele, wie ich jetzt bis jetzt erhofft habe. Da ist halt noch viel zu machen, Herrscher der Straßen. Und das wird halt echt heikel. Da können wir auch irgendwann mal wieder weitermachen. Aber erstmal ist das hier auch gemeistert. Ich bedanke mich vielmals. Die Miliz hat in der ganzen Stadt Wachtfirma errichtet. Ich werde sie ausschalten. Das ist mir schon bewusst. Mein guter dunkler Ritter. Ich bedanke mich vielmals fürs Zuschauen. Wir sehen uns morgen wieder. Und machen mit der Hauptstoryline weiter. Euer Davy. Tschüssi. Schönen Abend noch. Kofsky.